Grüezi miteinander und herzlich willkommen aus dem Tiefschnee und aus der Sonne. Wir sind in Lenzerheide im Kanton Graubünden, also in der Schweiz. Hier gibt es die großen Skigebiete, hier gibt es auch sonst im Sommer einiges zu erleben und zu erwandern. Alles vorhanden für einen prächtigen Urlaub. Und der Campingplatz, der ist klein, aber fein. Viel Spaß bei unserem Campingplatz-Tipp. Wir sind in der Verbindungsstraße von Chur über Lenzerheide bis nach Tiefenkastel und weiter sogar bis nach St. Moritz. Der Bus 182 würde uns hier in diesen mondänen Wintersportort bringen. Die gleiche Linie in die andere Richtung bringt uns auch nach Lenzerheide bis zur Rothornbahn. Das ist nicht weiter als 15 Minuten und dort kann man dann das riesige Skigebiet nutzen. Eine Läupe befindet sich direkt hier hinter und natürlich für die Sommerurlaube auch diverse Wanderwege. Ein riesiges Wandernetz gibt es hier natürlich in Lenzerheide-Arosa. Der Campingplatz hat natürlich ein eigenes kleines Restaurant. Und wie es da drauf aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an. Wir beginnen heute mal mit dem, mit dem man normalerweise aufhört, nämlich mit der Fähr- und Entsorgung. Ich finde, das ist total witzig geregelt hiermit. Man muss nämlich hier diese riesige Betonplatte hochheben und dann an die Seite packen und dann ist das Loch frei. Eine riesige Möglichkeit, natürlich so ein großes Auto zu fähr- und entsorgen. Allerdings, ich muss sagen, ganz schön anstrengend ist es schon, das ganze Ding hier hochzukriegen. Es gibt zwei zentrale Gebäude auf dem Campingplatz St. Kassian. Das eine ist drüben, die Rezeption. Im Keller darunter befindet sich dann die Hauptsanitäreinrichtung. Und dann direkt nebenan, ein bisschen weiter entfernt, das zentrale Gebäude. Ebenfalls nochmal mit Spülplatz, mit Waschmaschine und natürlich dann auch mit der Abfallentsorgung. Die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Da reicht im Prinzip ein zentraler Blick. Man sieht es, sehr schön getrennt alles, Haushaltsgericht, Karton. Besonders witzig finde ich, dass auch altes Brot hier gesammelt wird. Auch hier eher klein, aber fein. Waschmaschine, trockener und ein Spülplatz. Ein unglaubliches Kaiserwetter hier in Lenzerheide. Ein Traum für jeden Camper. Christoph Nadeck ist bei uns, der Chef hier auf dem Campingplatz St. Kassian. Christoph, seit wann gibt es denn diesen Campingplatz hier? Das ist seit 1956, wo der Großvater den gegründet hat. Er hat dann mit einem kleinen Campingkiosk eben 1956 damit angefangen. Was so ein bisschen auffällt, es sind doch relativ viele Dauercamper im Moment hier, oder? Ja, wir haben einen großen Anteil Dauercamper. Rassanten verlieben sich in die Gegend und es ist dann schon ein bisschen gemütlicher, wenn man im Winter weiß, man hat ein gutes Schutztag darüber und und und. Und man baut es dann einfach nicht mehr ab und ist dann auf einmal das ganze Jahr bei uns. Das ist so eine Tendenz, wo überall die Jahre stattgefunden hat. Was man sagen muss, an den Sanitärgebäuden habt ihr seitdem nicht so viel gemacht, ne? Ja, also seit 1956 haben wir schon einiges gemacht. Das obere Gebäude, das ist aus den Ende 90er Jahren, aber wir sind dabei. Wir sind dran mit den Behörden, mit der Gemeinde, mit allem, dass man da ein bisschen vergrößern dürfte allenfalls. Und vor allem, dass wir auch die Erneuerungen durchziehen können, ja. Es gibt ja noch einen Campingplatz drüben in Lenzerheide. Seid ihr zusammen, ist das die gleiche Familie oder was kann man da sagen? Ja, das ist schon ein bisschen, vor vier Jahren hat man das Glück gehabt, dass wir den hinzupachten konnten. Das war früher mal ein TCS-Camping, der wurde dann ausgeschrieben. Und da sind wir jetzt seit vier Jahren auch mit dabei. Und das Schöne ist, man kann so die Destination bewerben und nicht jeder Camping für sich. Und man arbeitet sehr gut miteinander so. Und es ist nach meiner Meinung nach eine Bereicherung für die Region, dass man das so ausnutzen kann, wie sie ist, ja. Wie war denn das Infektionsgeschehen hier im Tal? Vermutlich, wie überall lange Zeit, hatte man das Gefühl gehabt, das ist nichts. Und mittlerweile hat es schon ein paar auch Bekannte oder Gäste, die auch da waren. Einen Fall weiß ich und sonst eher weniger. Aber so in den Einheimischen ist lange Zeit was gut. Dann hat es ein bisschen angefangen. Aber so richtig Hotspot-mäßig eingeschlagen hat es zum Glück nie. Vielen Dank, alles Gute. Sehr gerne, danke für den Besuch. Ja, ihr habt es gehört, ihr habt es gesehen. Man kann es sich schon sehr, sehr kuschelig machen hier auf diesem Campingplatz in St. Kassian bei Lenzerheide. Wir haben übrigens für den ganzen Spaß mit diesem großen Stellplatz inklusive Strom. 52 Schweizer Fränkli bezahlt. Das ist nicht wenig, das ist klar. Aber dafür gibt es ein tolles Skigebiet. Es gibt Pisten, es gibt Läupen und es gibt auch ein tolles Wandergebiet. Also wer Lust hat, kommt gerne hierher nach Lenzerheide. Und wenn euch das gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal, liked uns. Und dann hoffe ich, dass wir uns möglichst bald irgendwo wiedersehen. Und zwar gesund und bunter irgendwo auf dieser wunderschönen großen Reisenmobilwelt. Bis dahin, bleibt gesund, euer Uwe Dietz.